Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Tutorial-Video, was ich schon mal gemacht habe, also zu CC und wie man den löscht und so. Das werde ich euch am Ende dieses Videos auch verlinken, denn das interessiert bestimmt einige auch. Heute möchte ich darüber reden, wie ihr in jedem Spielstand schöne Townies haben könnt, denn das ist ja das, worüber sich die meisten Leute aufregen, dass die vom Spiel regenerierten Sims, dass die alle gar nicht mal so toll aussehen. Dafür braucht ihr den MC Command Center Mod und einen PC in eurem Haushalt, in dem Spielstand, wo ihr gerade spielt. Zuerst geht ihr in die Galerie und ladet dann ganz, ganz viele Sims runter, Haushalte, indem ihr einfach bei derzeit beliebt und Haushalte anklickt und dann downloadet ihr einfach so viel, wie ihr mögt. Denn je mehr, desto mehr Variationen gibt es letztendlich in euren verschiedenen Spielständen. Wenn ihr denkt, dass das reicht, dann könnt ihr wieder ins normale Spiel gehen und dann müsst ihr nur noch auf den PC klicken und dann auf MC Command Center. Dann geht ihr auf MC Population oder Population, je nachdem, wie man es aussprechen möchte und dann hat man dort einige Einstellungen, die man treffen kann. Zunächst geht ihr dann auf Populationseinstellungen und drückt dann auf Tray Einstellungen importieren. Dann könnt ihr nämlich ganz oben auswählen Prozent der importierten Sims und ich habe da 70% eingetragen. Das müsst ihr aber nicht tun, denn, ja, also ich finde, ich habe noch nicht genug Sims, als das wirklich jedes Mal irgendwas passieren müsste. Ein Sim aus der Galerie. Aber, ja, also ich finde 70% ist ja schon ziemlich hoch und das heißt, in 70% der Fälle, wenn ein Sim generiert wird, dann wird ein Sim aus meiner Galerie genommen. Und das ist halt schon gut genug, finde ich. Und zu guter Letzt müsst ihr nur noch bei Tray Sim Typ importieren auf alle gespeicherten Sims drücken, denn ihr könnt ja auch selber Sims erstellen, die dann in euren Spielstand reingeladen werden können. Und da habt ihr bestimmt CC installiert und nutzt den auch und dann ist das halt schon wichtig. Und das war tatsächlich schon alles. So könnt ihr regelmäßig schöne neue Sims in eurer Stadt haben, ohne dass ihr irgendwie besonders viel Arbeit hättet oder so. Denn ihr müsst ja nur diese Einstellung einmal treffen und vielleicht regelmäßig ein paar Sims in euren, in eure Galerie selber speichern. Ich hoffe, euch hat das Video weitergebracht. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Und ja, ich hoffe, wir können uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss!